willkommen liebe flasher bei mir im torsen kartuto beim klaren true voice ja ihr habt es im thumbnail gesehen live steam heute abend bei mir auf dem kanal und ich wollte das einfach endlich mal mit einem video ankündigen ist ja auch eher selten dass ich das schaffe oder mache aber diesmal ich habe es mir einfach mal vorgenommen auch wenn es ein ganz ganz kurzes ist ihr seid in jedem fall informiert dass es heute abend wieder rund geht hier bei den two warriors im klankrieg ich möchte auch mit meinem r 9 so ein bisschen mehr dunkles fahren und wir sehen im hintergrund einfach mal eine nette dev von mir denn der kollege setzt mal eben einen hund hier und 27 loons queen ist hier mit am start ich glaube ich hatte nicht mal clan booktruppen aber ganz mauer angriff hier ganz ganz mau muss ich mal so sagen der fehler tut auch einiges beziehungsweise die brauchen noch nicht mal was tun großartig und an der stelle ja da hat er jetzt schon fast aufgegeben elf prozent hat glaube ich glaube er hat in einsehen gehabt dass das hier auf meine base nichts wird also seit heute abend mit dabei wenn es wieder heißt clash of clans hier mit mir dem toto und wird sicherlich wieder eine spaßige sache ich würde mich in jedem fall freuen ja ich glaube der hat nichts mehr gemacht hier es wird mich auf jeden fall freuen wenn ihr wieder dabei seid und endlich habe ich es geschafft ihr habt das gesehen aber wenn ihr eure bimmeln sowieso an habt dann seht ihr auch noch zusätzlich die glocke ich kann auch schon mal einen kleinen vorgeschmack geben hier 14 gegen 13 war es gegen no mercy in 22 stunden geht's los und wir sind in jedem fall hier wie auch immer live mit in diesem klankrieg der klark ist auch sehr sehr ausgeglichen kann ich euch auch sagen also es wird eine richtig schöne hoffentlich spaßige sache wieder mit euch es würde mich freuen bis dahin euer tuto clasht